Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Heute geht es um Bash-Magie. Mit der Bash kann man sehr effizient Dinge tun. Ist zwar so ein bisschen hässlich, aber man kann Dinge sehr effizient tun und damit Dinge automatisieren oder einem das Leben sehr vereinfachen, wenn man weiß, wie. Denn ich wollte die PHP-Skripte von M23 anpassen. Im Zuge der Aktualisierung von Debian 10 auf 11 gab es eine neue PHP-Version und so ein paar Syntax-Sachen, die wollte ich einfach mal anpassen damit, dass das auch einfacher mit dem Anpassen funktioniert. Und da habe ich mir so ein bisschen Bash-Sachen dafür gebastelt. Und das zeige ich euch mal so, was man damit machen kann. Vielleicht habt ihr andere Dinge, wo ihr eben sowas auch verwenden könnt. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen. Ich administriere. Ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulung an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eurer individuellen Schulung gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Bevor wir jetzt ganz tief eintauchen in die einzelnen Tricks und schmutzigen Tricks von Bash, erstmal die Bausteine dafür, für das, was gleich kommt. Eine Pipe nimmt die Ausgabe von einem Programm und gibt die quasi durch so ein Rohr an das nächste Programm als Eingabe weiter. Also das ist quasi wie so eine Kette. Das eine bearbeitet was, gibt eine Ausgabe raus. Das sind irgendwelche Textzeilen normalerweise und das nächste Programm nimmt diese Textzeilen wieder, baut die ein bisschen um und dann gibt es das wieder weiter an das nächste Stück in diesem Rohr. Ja, und Pipe ist quasi dieses Verbindungsding zwischen einem Programm und dem anderen. Dann das praktische Programm Feind, das erstellt unter anderem eben auch Dateilisten und guckt dabei eben auch Unterverzeichnisse rein. Feind ist ein mächtiges Werkzeug. Mich interessiert eben bloß dieses Erstellen von Dateilisten und eben auch in Unterverzeichnissen. X-AX ist jetzt auch so ein Programm, was in dieser Pipe arbeitet. Also es nimmt Eingaben aus der Pipe und wendet diese Eingaben normalerweise irgendwelche Dateilisten oder ich werde es für Dateilisten verwenden und benutzt diese einzelnen Dateien als Argumente für ein Programm. Ich werde da einen Texteditor verwenden, der einfach diese Dateiliste bekommt und dann diese ganzen einzelnen Dateien öffnet. grep ist ein Programm, mit dem man Elemente filtern kann. Das funktioniert zeilenbasiert. Da kann ich sagen, ich möchte jetzt alle Zeilen haben, die ein Schlüsselwort enthalten oder ich möchte diese Zeilen halt nicht haben. Also ich kann so positive Listen damit machen, also ein positiver Filter, nur das, wo es vorkommt oder so negative Filter, wo ich sage, das kommt auf jeden Fall raus. Sort kann ja Eingaben sortieren nach verschiedenen Kriterien und kann eben auch Doppelungen ausfiltern. Wenn ich jetzt fünf Zeilen mit dem Buchstaben A habe, dann würde ich hinterher eben bloß noch eine Zeile mit dem Buchstaben A haben. Und CAD teilt einen Eingabetext an Trennzeichen auf, sodass ich auf einzelne Felder zugreifen kann. Das ist wie dieses Comma Separated Value, diese CSV-Dateien, die ihr vielleicht kennt. Und ja, CAD kann das eben auseinanderdröseln. Diese einzelnen Bausteine, die Programme, die können viel, viel mehr, aber das sind jetzt so die Dinge, die ich damit machen möchte. Wenn euch das interessiert, guckt euch einfach mal die Bandpage dazu an oder ja, im Internet gibt es genügend Tutorials dazu. Was ich damit jetzt konkret machen wollte, ich möchte die PHP-Syntax an zwei Stellen jetzt relativ automatisiert anpassen. Es gibt bei PHP diesen PHP Short Tag oder diesen Long Tag, wobei der Short Tag eigentlich veraltet ist. Also man kann ihn immer noch aktivieren, aber jetzt wollte ich das mal umstellen in allen möglichen Dateien. Damit wird der Anfang von so einem durch den PHP-Interpreter zu interpretierenden Teil eben markiert. Und dann guckt der PHP-Interpreter, aha, was dazwischen steht, das ist jetzt PHP-Quelltext, den muss ich interpretieren und muss da letztendlich meine Ausgabe nachher reinschreiben, meine Berechnung. Was da rausgekommen ist, also das Ergebnis meiner Berechnung. Dann hat sich bei dem Zugriff auf Array-Elemente beziehungsweise auf einzelne Buchstaben von einem String auch was geändert. Ich habe das für mich immer so gemacht, wenn ich auf ein Array-Element zugreifen möchte, dann habe ich immer diese eckigen Klammern genommen. Und wenn ich auf Einzelbuchstaben von so einem Text zugreifen möchte, vielleicht das dritte oder hier habe ich ja den zehnten Buchstaben genommen, dann habe ich immer geschweifte Klammern dafür genommen. Also für mich einfach so optisch, das macht was anderes. Und die geschweiften Klammern haben sie jetzt als veraltet markiert, von daher soll man die nicht mehr benutzen. Ja, also hätte ich praktisch gefunden, wenn man es weiterhin noch so machen könnte. Einfach für mich als optische Rückgabe, es macht was anderes. Also für mich macht es eben inhaltlich was anderes, ob ich jetzt auf einen Buchstaben zugreife oder auf ein Array-Element. Ja, haben die geändert, muss ich mit leben. Ist jetzt kein Beinbruch, aber es soll halt eben anders sein. So, mein erstes Pipe-Skript, das, ja, macht eine ganze Menge. Also erst mal über Find hole ich mir so eine Dateiliste. Die enthält wirklich alle Dateien und Verzeichnisse, ausgehend von meinem aktuellen Pfad. Über hier 2 und den Pfeil nach rechts, DEF 0 sage ich, dass hier so Fehlermeldungen einfach weggeschmissen werden sollen. Wenn jetzt ich auf ein Verzeichnis nicht zugreifen kann, dann interessiert mich das nicht. Also und die Fehlermeldung möchte ich auch nicht sehen. Dann habe ich immer am Ende der Zeile so ein Leerzeichen und so ein Schrägstrich. Das bedeutet, nach dem Schrägstrich ist die Zeile quasi nicht zu Ende. Der Optikhalber ist hier zwar zu Ende, aber der Interpreter soll dann halt in der nächsten Zeile anfangen, wieder zu lesen. Da gibt es diesen Strich. Das ist dieses Pipe-Symbol. Die Ausgabe wird in das erste Grab reingegeben und dieses Grab guckt danach, dass da nur noch Dateien vorhanden sind. Das können auch Verzeichnisse sein, prinzipiell. Aber ich habe eben bloß Dateien, die am Ende .php haben und über diesen regulären Ausdruck eben mit Schrägstrich Punkt wird dem Grab gesagt, ja, der erste Punkt, der soll jetzt nicht durch einen regulären Ausdruck interpretiert werden, denn Punkt heißt normalerweise ein beliebiges Zeichen und ich möchte wirklich bloß den Punkt haben. Dann kommt eben php und das Dollar sagt, dass da das Zeilenende sein soll. Also ich habe hinterher bloß noch eine Dateiliste, wo Dateien und Verzeichnisse sind, die Punkt php am Ende haben. Dann wird es jetzt ein bisschen komplizierter, denn diese Dateiliste jage ich einmal durch xArc durch und rufe dann meine nächste Grab-Runde auf und das Grab, das guckt nach, ob ich in der betreffenden Datei ein, ja, spitze Klammer auf und Fragezeichen dort stehen habe. Also schon dieses, ja, diesen Short-Tag zum Öffnen von dem php-Bereich und durch xArc minus großes i und das Prozentzeichen sage ich, der Dateiname, der soll eben bei dem Prozentfüller sein, also dieser Platzhalter sein, der bei meinem Grab hinten auch auftaucht, wiederum dieses Prozentzeichen. Ich kann mir da ein beliebiges Zeichen nehmen, was sonst nicht vorkommt und, ja, xArc setzt dort eben den Dateinamen ein. Ein weiterer zusätzlicher Parameter ist dieses große Minus-H beim Grab. Das sorgt dafür, dass eben der komplette Dateiname von der Datei, wo was gefunden wird, eben auch mit ausgegeben wird. Den brauchen wir nachher für die Weiterbearbeitung. Dann wird auch noch geguckt über die nächsten Grabs, dass ich keine Treffer habe. Also ich habe Fundstellen, wo einmal drinsteht, die Zeile, wo es gefunden wurde und dort steht eben auch der Dateiname eben mit kompletter Fahrtangabe. Und das nächste Grab filtert eben schon die Long-Tags raus und auch, ja, Tags, die XML-Bereiche markieren. Und das kann eben auch groß oder klein geschrieben sein, das php oder das XML, das geht durch den Parameter minus i beim Grab und mit V drehen wir das eben um. Also wir filtern alle Dateien raus, die bereits schon umgebaut wurden auf den Long-Tag beziehungsweise wo XML drinsteht. Dann über das Cut in der nächsten Zeile wird das auch noch aufgetrennt. Wir haben so eine Angabe mit erst Dateiname und einen Doppelpunkt, wie eben die komplette Fundstelle heißt. Und über Cut trennen wir das eben auf und sagen, über F1 möchten wir das erste Feld, also bloß noch den Dateinamen. Das Sort minus u sorgt dafür, dass wir eine sortierte Dateiliste bekommen, wo keine doppelten Nennungen drin sind. Und das XArc am Ende ruft Kate, mein Editor, mit dem Parameter minus u auf und öffnet einfach die ganzen Fundstellen, die eben diesen Suchkriterien entsprechen. Das mit minus 1, das bedeutet, dass für jedes einzelne Element, was aus der Pipe kommt, also jede einzelne Dateiname, ein Aufruf für Kate gemacht wird. Und über den Parameter minus u öffnet ein laufendes Kate einfach eine zusätzliche Datei in diesen Arbeitsbereich mit dazu. Und nachdem das Ganze durchgelaufen ist, habe ich relativ viele offene Dateien in Kate drin, die ich dann mir nochmal gezielt angucken kann. Und in dem Kate Text Editor kann ich, ja, Texte suchen und ersetzen. Da habe ich hier mal einen Screenshot gemacht. Und wenn ich jetzt auch noch die Variante reguläre Ausdruck aktiviere, kann ich das auch noch ein bisschen einschränken. Ich suche jetzt eben nach dem, ja, diese spitze Klammer. Dann mache ich Schrägstrich Fragezeichen. Damit sorge ich dafür, dass das Fragezeichen eben nicht als regulärer Ausdruck interpretiert wird und dass ich am Ende der Zeile das Ganze stehen haben möchte. Also eigentlich habe ich bloß hier die spitze Klammer auf, Fragezeichen und ist die Zeile zu Ende. Durch das Dollarzeichen markiere ich eben das Zeilenende, damit das dann nicht weitergeht. Und dann ersetze ich das Ganze eben durch hier spitze Klammer auf, Fragezeichen, PHP. Und ja, so kann ich diese einzelnen Fundstellen durchgehen und kann dann gucken, ob was fehlt. Ich kann das natürlich auch noch anpassen, dass ich vielleicht, wenn ich diese Short Texts auch innerhalb von Zeilen verwende und eben nicht bloß am Zeilenende, dass es da zu Ende ist, sondern einfach dazwischen vorkommt, kann ich das eben auch noch variieren. Und da ich das Ganze halt interaktiv über den Texteditor mache, sehe ich halt wirklich, was ich tue. Das Nächste mit dem Umstellen von den Zugriffen auf Array-Elemente oder einzelne Buchstaben von geschweifter Klammer auf eckige Klammer ist halt so ähnlich. Ähnlich, also wiederum mit Feind eine Dateiliste machen, ausfiltern, alles, was jetzt nicht PHP als Endung hat, dann über Grab beziehungsweise E-Grab als regulären Ausdruck gucken, dass zwischen geschweiften Klammern irgendwas steht, was, ja, eine Ziffernfolge, die aus 0 bis 9, also, ja, es ist eine Zahl, also Ziffernfolge ist eine Zahl und, ja, dann wieder eine geschweifte Klammer zu hat, das mit beliebiger Länge, also von 0 bis 999.000, irgendwas, das wird rausgesucht, über Cut wird wieder aufgetrennt, dass wir wirklich bloß noch den Dateinamen haben, sortieren wiederum und, ja, Dubletten rausfiltern und hinterher das Ganze wieder über Cade öffnen. Der reguläre Ausdruck zum Suchen der entsprechenden Stellen sieht, ja, ähnlich wie bei dem E-Grab aus, ist aber so ein bisschen angepasst. Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass die geschweiften Klammern nicht interpretiert werden, nicht als regulärer Ausdruck interpretiert werden, genauso wie runde Klammern, die haben eben auch eine spezielle Bedeutung. Wenn wir die nicht escapen, also nicht diesen Schrägstrich vormachen, dann bedeuten die, dass damit so Bereiche markiert werden, die für Platzhalter verwendet werden. Das machen wir in diesem Fall. Also wir möchten diese Zahl, die innerhalb von den geschweiften Klammern steht, nachher in unserem Ersetzungstext verwenden. Also daraus wird ein Platzhalter, den wir einfügen können und diese Zahl hier, ja, die wird quasi in so eine Zwischenablage gepackt und dann können wir sie verwenden. Und wir haben eben wiederum eine Zahl, also 0 bis 9, beliebig oft. Das haben wir dann da drin und das Ganze wird abgeschlossen durch die geschweifte Klammer. Und das Plus sagt uns eben auch noch, dass mindestens eine Ziffer vorkommen soll, wenn wir jetzt leere geschweifte Klammern hätten, also geschweifte Klammer auf und wieder zu, dann würde dieser, ja, reguläre Ausdruck da überhaupt nicht anschlagen. Dann bei dem Ersetzen sieht es relativ einfach aus. Wir machen einfach eine eckige Klammer auf und dann Schrägstrich 1. Schrägstrich 1 ist unser erster Platzhalter. Wir haben bloß einen Platzhalter und dort wird eben diese Zahl rausgeholt, die oben drin gestanden hat. Also die wirklich entsprechende Zahl, die zwischen den geschweiften Klammern steht, wird dort eingefügt und dort wieder die eckige Klammer zu. Und dann können wir diese ganzen Ersetzungen halt machen in unserem Quelltext. Vorher natürlich gucken, ob das eine sinnvolle Ersetzung ist und, ja, eventuell die Suchkriterien nochmal anpassen und im Zweifelsfall sagen, nee, diese Anpassung halt nicht machen. Ja, das war's mit Bash-Magie, was man da so ein bisschen mit machen kann. Also die Pipe, die eigentlich ja ein sehr mächtiges Klebewerkzeug ist, in dem man die Ausgabe von dem einen Programm als Eingabe fürs nächste Programm verwenden kann. Das ist auch quasi eins von diesen Unix-Grundsätzen, dass jedes einzelne Programm für eine einzelne Aufgabe zuständig sein soll, diese möglichst perfekt erfüllen soll und eben bloß eine Aufgabe. Und durch diese Verkettung von diesen ganzen Spezialprogrammen können wir sehr mächtige und sehr anpassbare Filter damit basteln, die hinterher irgendwelche Dinge tun und, ja, das ist eine feine Sache. Ansonsten war's das. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.